Er heißt Luis und wurde kürzlich in einem Zoo in Philadelphia von einer Tierpflegerin dabei beobachtet, wie er erstaunlich souverän aufrecht durchs Gehege marschierte. Luis ist ein Gorilla und er ist Teil des Zooprogramms, das bedrohte Tierarten schützen will. Dass Gorillas auf zwei Beinen laufen können, passiert gelegentlich, wenn der Untergrund matschig ist oder sie etwas mit ihren Händen tragen wollen.